So Leute, da sind wir wieder. Am nächsten Tag sofort. Ja, nicht alle Parts hochgeladen, aber ich kann ja schon wieder neu aufnehmen, wenn ich alles abgerendert habe. Ja, ich habe die Musik ein bisschen leiser gestellt, der ganze Sound ein bisschen leiser, damit meine Stimme mehr empor kommt, aber ich glaube, die dürfte schon so auch gut reichen. Aber, naja. Man kann ja ein bisschen vorsorgen, dass man diese besser hört. Das wäre mal so gerne auch ein Drache. Der, der mich gesehen hat. Und ich verpiss mich sofort in die Höhle, bevor er mich angreift. Ih, verpiss dich. Der hat mich doch nicht gesehen. Oder doch, ich weiß es nicht. Oh, ist ein Ruckel-Ruckel. Oh. Fein. Wo ist der Scheißweg gelandet? Ach, die dumme Schlampe rennt jetzt auch noch weg, ey. Gar keine Lust drauf. Ruh, rennt die weg! Hat die irgendwas? Ich will dich killen, ich will dich legen, aber wo rennt die hin? Da hinten hin. Huhu, wo bin ich? Fick dich, verpiss dich. Du hast mir gar nichts verloren, du Arschloch. Genug, genug, genug! Ich ergebe mich! Zack, in den Rücken. Schluss mit, lustig. So. Menschliches Herz. Reichenhaut. Anderes brauchen wir nicht. Hm. So lange, man müsste sich nicht anpinkeln, da reicht mir schon. Rein da. Gibt bestimmt Interessantes da drin. Was war das? Ich war das. Tut. Bam. Ah, hat nichts Besonderes gehabt. Gibt es auch nichts Besonderes, dass irgendwas rumliegt oder so? Ein Beschwörer, Novize. Oh, der hat noch tolles dabei. Das bringt zwar nicht viel ein, aber dennoch genug. Theoretisch hätte ich auch so machen können. Ha! Opfer! Special Move. Autsch. Ja, die tun auch weh, wenn sie nicht rollen. Aber dumm von dem. Irgendwas Besonderes hier. Eine Falle. Gucken wir oben. Ah! Seht ihr? Ich habe etwas Besonderes entdeckt. Fällt nicht so einfach auf, ganz ehrlich. Wenn man das nicht gesehen hat. Hier ist nichts Besonderes. Nur so ein komischer Altar. Oder was er immer darstellen soll. Ach, scheiß drauf. Du darfst dreimal fragen, warum da so eine scheiß Falle ist. Seht ihr die Lampendauben? Es werde Licht. Ja, hört jetzt langsam aufzubrennen. Ach, ne Ratte. Bam. Ist meine Waffe leer? Ja? Ja, scheint so. Äh. Nicht ablegen. Sonstiges da. Tewa doch aufladen, oder? Ich meine Tewa aufladen. Kann ich nicht. Wieso kann ich keine Waffen aufladen? Warum zur Hölle kann ich keine Waffen aufladen? War doch immer Tee. Nein. Komm her. Habe ich hingeworfen. Was ist zur Hölle? Wo ist die Waffe jetzt hin? Hä? Alter, wie das mal keinen Sinn macht. Leck mich doch. Meine Waffe ist einfach verschwunden. Ja, jetzt lade ich. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Irgendwann ist mal Schluss mit lustig. Wo ist denn da der Sinn? Meine Waffe ist aber auf einmal weg. Was ist das denn? Willst du dich verarschen? Ehrlich, lächerlich. Frechheit ist doch sowas. Ich lege die ab und meine Waffe ist weg. Hm. Danke. Ja, gib Stoffes. So, Schwester hat auch nicht dazu laden. So. Jetzt war ein bisschen zügiger. Jetzt weiß, wo ich hin muss. Oh, super. Noch eine Spinne. Den habe ich hier gar nicht gesehen vorher. Wo war die denn? Komm her, Süße. Ja, schieß deine Kotze irgendwo anders hin. Bin ich vergiftet worden. Ruckel nicht so. Warum rückelt das denn so? Was trifft mich da? Ey, das gibt es so einfach nicht. Ohne Mist, das ist doch nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett. Ach super, noch eine Ratte von hinten. Ah, so eine komische Magierin. Jetzt kommen wir jetzt, dass ich dich nicht mehr so leicht hinkomme. Ihr hättet nie herkommen sollen. Die Rennmände sind nicht mehr weg. Okay, kann's auch nicht. Ich geb' ihr sowieso volle Breitseite. Ratte, verpisst euch. Öh, verpisst euch. Scheiß Ratten, ehrlich. Die regen so auf, ne? Besonders die bringen gar nichtmals was. Die sind einfach nur da. Nö. Aua. Hör, wo kommt ihr jetzt her? Er wird's jetzt verarschen, was ist. Es ist die da und dann auf einmal nicht. Weiß nicht so genau. Reicht das aus? Ah, tot gefällt's mir besser. War hier nicht irgendwo eine Leiche? Da. Naja, schade aber auch. Das war ein Versuch wert. Kann man ja nicht anders sagen. Bitte nicht da reintreten. Du Schlampe. Die tritt natürlich fett da rein. Äh. Okay, Objekte. Das war so. Dürfte Schaden genug machen. Kann ich da Dinge wieder nehmen. Schade aber auch. Natürlich ist es intelligent noch da rein zu treten von dem gewesen. So, der der doppelt auslöst. Da ist noch eine Urne gewesen. Da war noch... ...datt drin. Aber ansonsten brauche ich ja nichts Besonderes. Dann können wir durchdringen. Ich kann theoretisch noch was geben. Bin immer noch da. Naja. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Schwör. Dann, ähm... ...mir... ...die ab. Ansonsten habe ich hier nichts mehr, ne? Bärenpelz. Wofür brauche ich den denn? Bisschen Zeug, was ich loswerden kann. Und sonst habe ich wieder unnötiges Gewicht dabei. Und dann sage ich mir, wieso kann ich denn nicht? Und dann, ja. Egal. Kleidung. Das braucht kein Mensch. Das braucht auch kein Mensch. Weiß da jemand? Ich weiß nicht so genau. Siehst du jemanden? Oh, scheiße. Scheiß Magier. Zwei Magier. Oh, der zahlt auch noch weh. Schmerz auf der Wange. Okay, jetzt sollte ich auf jeden Fall eine neue Stufe erreichen. Und werde auf Gesundheit gehen. Äh... Du benutzt gerade Eis. Oder was ähnliches. Das weißt du schon, ne? Das ist intelligent, weil mich brennend zu sehen. Young, was macht der jetzt hinter mir? Aber ich knackte das Schlauße eben. Hm, Fackel brauche ich jetzt eigentlich nicht. Das könnte ich gebrauchen. Und den Rest auch. Verdammt! Oh, den nehme ich auch mit. Ja, die Macht sei mit dir. Oder so, wie das heißt, ne? Ja, mindestens diese tollen Garderoben-Dinger dabei. Ich bin da mitten reingelaufen. Das war natürlich auch wieder intelligent von mir. Egal. Hässliche Truhe. Oh, scheiße. Hm, Lehrlingsschloss. Kann ich jetzt mal knacken? Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Ja, das lässt sich alles. Guckt mit Nervis auf das. Das brauche ich nicht. Dann weiter. Da hinten hin, oder? Hier scheint es weiter zu gehen. Ich guck noch mal, wenn die da aus dem Weg gehen würde, mach ich hier hinten, was hier noch liegt. Sieht stark nach einem Nichts aus. Ja. Ragen wir mal weiter. Holztür öffnen. Ohne Probleme, selbstverständlich. Wir sind ja ultramächtig. Ja, so geht's auch. Hier drüben. Aber wieso ruckelt das denn so? Was ist denn los? Der Waffen. Eieiei, das hat jetzt super getrieben geruckelt jetzt gerade. Ich weiß nicht warum. 30 FPS gehen wieder. Gehen wieder. Wohin ich auch nicht. Alles tot? Alles tot. Oh, Spinneneier. Hier habe ich noch was Tolles zum Mitnehmen. Ui. Feuermage. Ui. Die hat einiges mehr dabei. Ui, nun schlappt es wunken. Schönes Ding. Gefällt mir. Noch mehr. Oh, man hört schon. Wie rolle. Weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Feuer solze. Ah, ne. Wurzel. Scheißteil. Habe ich mal denken können. Niemand lässt die Tür so unbeaufsichtigt. Ja, jetzt gehen wir aus dem Weg. Nicht was? Aus dem Weg. Ach, leck mich da jetzt richtig da noch drauf. Skelett. Ja. Naja. Wo ich auch immer den Eisen heim... Oh, Meister. Ja, ja, ja. Da können wir uns gleich ran machen. Wenn das so ist... Schauen wir, was noch hier so tolles gibt. Da geht es bestimmt weiter. Da geht es bestimmt wieder raus. Oder so. Keine Ahnung. Schätze ich mal. Lässt sich mitnehmen. Lässt sich auch mitnehmen. Gold kann man auch immer gebrauchen. Irgendwas besonderes in der Kabone. Nö, auch nicht. Unter dem Bett. Nichts. Knacken wir mal das Schloss. Ja, knacken wir mal das Schloss. Speichern wir. Und probieren wir es mal aus. Hm. Na, da haben wir in die richtige Ecke schon mal gefunden. Ei. Nö. Ekelhaft. Ekelhaft schwierig. Ja, so Meisterschlösser sind schon schwer zu knacken. Das muss man so... Haaa. Na, fuck, man. Na. Ja, jetzt komm. Das war jetzt ultra schlecht. Irgendwo hier müsste das gewesen sein. Ah, geht doch, steht... Oh, leck mich doch. Irgendwo hier wäre das Sinn, oder? Oh, 62. Oh. Oh. Immer die gleiche Ecke. Oh, super. Gibt's doch nicht. Mann! Ey, ist doch unfassbar. Ich kann doch nicht so viele Dietriche verblasen, oder? Verein behämmertes Schloss. Ey, jetzt... Geht's doch nicht. Wie geht das denn? Ach. Okay, über 50. Das ist okay. Macht zwar keinen Sinn, aber okay. Okay, Objekte, Bücher, dann kann ich schon was erlernen. Oh, nein, würde ich nicht machen. Nein! Arschloch! So. Ja, aber kann man das ja lernen, dann haben wir ein bisschen mehr davon, aber das ist eigentlich unnötig. Nochmal hätten wir es auch verkaufen können. Was theoretisch sinnvoller gewesen wäre, wenn wir dann Geld gekriegt hätten. Oh, aber es geht auch so. Wir müssen ja nicht alles... Okay, wir werden später eh genug Geld haben, von daher. Speichern, auf jeden Fall. Auf jeden Fall speichern, auf jeden, jeden Fall. Ich weiß nicht so genau. Zauberer-Bitches. Hm. Nerven wir die mal ein bisschen, oder? Mann, sind die verbuggt da oben. Mann, sind die verbuggt da oben. Mann, sind die还有 gar nicht so gerade drauf. Ja. Dann müssen wir Cannibalrem kommen. Ja. what SpaceX. Und�١i-Bitches.